noch eine Art und die Hand auf die Hand und die Hand auf die eigene ach du bist doch auf 8 oder? bei jedem passt das so ey Galileo man das ist nochmal der Herr Rosmeyer vor ha 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 ruf mal bei Galileo aber der Katz funktioniert so auf die ha 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 oh shit da muss doch wer was ha 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 da brauchen wir da hin ha 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 auf dem Ding da oder halt auch noch das Ding da in dem Kümmel-Klammerer naja was das in Barcelona macht ja Bauchfall ja das war auch mal ab der ersten Bauchfall nicht auf der Zeit Rini hat anatomisch veranlagt ja auch hier auf alle zeig nochmal wenn du hier diese Handfläche nimmst an dein Bauchnabel ist das Ende direkt am Schwanzansatz bei jedem Mann ist das so bei Kümmel weiß es schreibe ich mir heute die wenn ich bei der Handfläche am Bauchnabel anmächte bei jedem nicht nur beim Dennis bei jedem an Verklagstich dann kommt der Mann dann machen wir über dein Gesuchzeichen wahrscheinlich kommt das war ja von wegen Hansmann man sagt ja auch immer ja da wäre die Nasen ziemlich so bisschen ne als Maßschaffung es war auf ey der längste Finger der 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 auch der der hr bbl kalt herr m herr dr ich habe ja auch wird sein «Gut, Gute, Gute» «Hut, Gute, Gute» «Hut, Gute, Gute, Gute» «Hut, Gute, Gute, Gute» «Hut, Gute, Gute» «Kranken, ey» «Gibt euch die Hand, das ist eine Arme, Dicker» «Fall» «Hut, Gute» «Kell» «Une Ariane ist so dick, so länger Ariane» Mann! Deswegen hab ich das gleich ausprobiert. Bei mir ist der Ringfinger auch länger. Du bist an, Mann! Ah, was soll denn denn? Ich hab ein Ringfinger gleich lang. Für dich, ne? Der Zeigefinger ist bei dir immer länger. Ja, aber jetzt wurde die Ringfinger. Ach so, ach so. Ah, nein, ich dachte, du meinst, ich bin mittel. Nee! Ja, ich hab's noch mal. Du, der muss normalerweise bei dir länger sein, als der Tag. Ja, das ist ja... Ja, das ist ja... Ja, das ist ja... Bescheiden Kerl. Deswegen fühl ich mich ruhig, der hingezogen. Check! Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, das stimmt bei dir auch. Ja, das stimmt bei dir auch. Ja, das stimmt bei dir auch. Genau anders. Das ist verrückt, oder? Ja. Wenn du mich schon ausgählst, oder? Na mal! Ja, das stimmt bei dir auch nicht. Ja, das stimmt bei dir auch nicht. Ja, das stimmt bei dir auch nicht. Aber die, die kann man neu machen, oder? Ja, guck mal, warum er kommt. Lest du mal? Ja, leck mal die Hand auch, oder? Ja, lass ihn mal schaffen, oder? Ja, bei mir passt, ne? Bei mir passt, ne? ja es ist wie alles er hat ja 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 à noch ja ja Ehe, wir haben uns Jürgen. Also wie war? Ja, ausprobieren, ne? Ja, ausprobieren. Geht das ja? Amt auf Bau? Hä? Geht? Passt? Aua! Passt mal einer, du? Ja, passt mein Werk, weil der Werk hat ja auch ein Kalisier. Ja, das ist ja so. Ich war eigentlich mal die Frau 3 befragt. Ne? Habt ihr es bei ihr? Ich hab das schon gesagt. Hahahaha Hahahaha Samaa, es ist ja voll edlich. Hörst du, die wir als Moslem? Ja, aber ich wusste, bei...